herzlich willkommen bei father and son play for fun in diesen allzu hektischen zeiten habe ich mir gedacht da machen uns heute mal ein entspanntes video von vielen gehört dass sie innerlich unruhig sind nicht mehr runterkommen und ich weiß nicht unheimlich viele taktiken suchen irgendwie entspannen zu können und da habe ich gedacht dann mache ich doch einfach mal ein video lauscht doch mal den geräuschen der natur dem hofgetrappel des pferdes meiner stimme atmet tief ein atmet aus lauscht den geräuschen der natur folgt mir in diese wunderbare wild und könnte die frische luft förmlich riechen ich hoffe dieser ausritt tut euch gut ich reite hier zwischen den bäumen durch in richtung eines wasserfalls seht das saftige grün der büsche die sonne geht langsam auf die natur erwacht und wie ihr hören könnt kommen wir dem wasserfall immer näher wir geben uns jetzt zu einem kleinen felsvorsprung hören das rauschen des wassers es wird langsam immer lauter ich steige jetzt ab vom pferd hier noch ein paar meter zu fuß diese stille jetzt könnt ihr mal die augen schließen euch vorstellen wir jetzt am wasserfall stehen diese wahnsinns aussicht genießen es wird immer lauter ihr konzentriert euch auf das rauschen es wird zu einem leichten donnern und wir schauen hinab in diese unendliche tiefe des wasserfalls wir nehmen diese innere ruhe mit wir gehen langsam zurück zu unserem pferd das rauschen wird leiser ihr atmet wieder tief ein haltet kurz inne atmet raus das pferd wartet schon auf uns wir schwingen uns wieder in den sattel es ist mittlerweile acht uhr morgens die sonne bricht durch den nebel wir reiten hier entgegen wir spüren die wärme der sonnenstrahl riechen diese frische kühle der luft es riecht nach laub gras es fängt jetzt ganz leicht an zu regnen ihr könnt förmlich riechen wie der boden nass wird dieser frische regen am morgen ein leichter wind kommt auf es wird frisch aber nicht ungemütlich dieser morgen ist ganz neu und nur für uns gemacht ihr atmet ein haltet kurz den atem ein atmet aus ihr hört wie das gewitter aufzieht aber es ist nicht zu kalt oder ungemütlich ganz im gegenteil schaut in den himmel seht die dunklen wolken ein einsamer reisender kam gerade an uns vorbei er hat gar keinen blick für die schönheit der natur aber wir lassen uns hier nicht stressen oder werden in hektik verfallen wir weiten unseren weg entlang lauschen im donner dem regen wie alles im leben geht auch das vorbei wir können schon sehen wie die sonne durch die wolken bricht wir lassen uns nicht beirren wir genießen die natur ihre wilde kraft ihr lauscht der natur dem gewitter meiner stimme und entspannt euch schatten der berge ist das schön kommen jetzt langsam in die sonne spüren die wärme der sonnen strahlen auf unserer haut atmet nochmal tief ein haltet kurz die luft an atmet aus lauscht dem Hufgetrappel des Pferdes dem Vogelgezwitscher dem Rauschen der Blätter im Wind ist das nicht traumhaft wir reiten jetzt der sonne entgegen auch das Pferd ist ganz ruhig ihr fühlt euch richtig entspannt wir halten kurz an lassen unseren Blick schweifen genießen die natur und setzen unseren Weg fort und setzen unseren Weg fort so hat euch gut getan wir werden jetzt mal ein bisschen das Pferd antreiben mit dem Trapp weiter der sonne entgegen reiten ich hoffe es hat euch gefallen schreibt mir doch bitte was in die Kommentare ob ihr noch mehr davon wollt was euch geholfen hat ein bisschen zu entspannen und dazu kommen dieser kleinen virtuellen Reise durch die Natur ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Father and Son Play for Fun